ich wollte gerade Geld abheben, dann habe ich meinen Pintreiber falsch eingegeben und da hat mir meine Karte geklingelt. Warte mal, kannst du das nochmal deutlich für den Stream sagen? Junge, Stream. Ich bin übelst besoffen. Warum? Ich wollte gerade Geld abheben. Dann gehst du aber dann in die Karte, in die Stube. Ja, warte mal, ich wollte gerade Geld abheben. Alter. Und ich habe meinen Pinten seit ungefähr, seitdem ich ein Konto habe, also bestimmt ich sie schon in acht, neun Jahren. Vorher zu flöten. Vielen Dank. Einfach dreimal meinen Pintreiber eingegeben und der Automat hat die Karte einfach genommen. Alter. Hat er die Einbahnhof angegeben? Ja, das tut immer. Das gibt es richtig Ärger. Ja, ich muss einfach morgen... Nee, ich muss am Montag bei der Bank anrufen. Nein, das gibt es Todes auch. Alter, wieder mal. Guck mal, wie kalt ich bin. So, MLG Murko, vielen Dank für die zwei Euro. Ich bin völlig vergabelt. Zahni seine Musik ballert einfach nur mies Ehrenwerk. Max zieht dir das Kondom über den Schwall. Das geht nicht. Guck mal, wie kalt ich bin, wie warm es draußen ist. Ja, ich weiß, wie besoffen du bist und das kannst du hören. Gibt's denn eigentlich? Ich hatte da so ein Gefühl, dass da das auf mich ankommt. Aber ich hab gedacht... Ist ja klar. Ich hab auch ein Gefühl, dass da schwarz hier ankommt. Das ist ja sicher. Das ist ja sehr schön. Fluch ist es, ich glaub sie haben.